Hast du mich gedrottet? Oh, fuck, du gehst raus. NEEEIN! Hi Leute, herzlich willkommen zum Türchen Nr. 5. Und dabei sind heute Warfli... Ahem. Dabei sind heute Warfli, Letzin und Ananas. Und wir spielen One's The Chamber of Hefe. Das sollte jeder noch von früher kennen. Oh, richtig verkackt. Fuck! Ey, der Typ hat mich richtig interessiert. Ja, komm her, Anna. Ein White Shop? Bleib stehen jetzt! Nein, warum bleibst du nicht stehen, Anna? Kommt! Der lag der Spieler! Alter, ich hab einen gekillt. Du lagst. Ja, ich hab noch einen gekillt! Nein! Fuck! Ich hab keinen gekillt. Ach, lol, man kann One-hitten. Was? Ja. Nennen wir den Bogen. Ne, auch mit dem Schwert. Ah, ne, doch nicht. Okay, dann hattet er einfach nur Lowlife. Fuck, nein! Oh, ich hab einen! Oh! Was bringt sich das dann, wenn man einen Bogen hat? Wenn... Der Bogen ist Instant Down, oder? Fuck. Fuck! Oh, Scheiße. Fuck! Der hat mich, der hat mich geklaut. Nein? Ja, der liebe Simon, ne? Nein, 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 nein. Nein, nein... Oho, hoo! Ja, noch eine. Fuck! Oh, ich hab noch eine! Und den hab ich nicht! Oh mein Gott, das war grad gut von mir. Hätte ich nicht sagen sollen. Ohohoho! Man, ich bin ja eh gleich tot. Ich hab noch eine! Oh, zwei! Ey, ich hab ja schon so lang nicht mehr gespielt. Oh, ich hab verschossen. Hä? Warum hat der ein Schild? Bin ich schon längst tot, oder was? Oh, ich bin schon längst tot. Beben! Nein, Cedric. Oh! Dann hast du mich getrotten? Oh, fuck. Ich bin drast. Nein! Ey, der Typ rasiert einfach. Nein, Simon. Ja, Mann, du... Hat mir dann nur Leben? Loll, ich hab keinen Pfeil mehr. Haha, da bist du! Hey, hab ich gar nicht gewusst, dass er Leben hat. Ja. Loll. Ja! Ich hab echt nicht komisch. Oh mein Gott. Jetzt kommt Anna. Ach, fuck, das ist sie gar nicht. Scheiße. Ich bin schon längst tot. Nein, der hat mich gekillt. Okay, ich hab jetzt auch noch mal ein Leben. Ich hab auch noch mal ein Leben. Und noch 46 Sekunden. Verdammt, ich hab nicht gewusst, dass er mein Leben hat. Ist er weg, oder was? Ja, ja. Leider. Oh, ich hab ihn. Oh, ich könnte noch den zweiten Platz belegen. Nein! Nein! Noch ein paar Sekunden. Oh, lol, der hat geleckt. Scheiße. Ja, ich hab ihn gekriegt. Oh, jetzt bin ich dritter. Oh, shit. Wenn ich einen Kill noch mache, zwei Kills brauche ich noch. In sechsten Sekunden, das geht nicht. Oh, oh. Dann schlagen, Mann. Da ist einer. Nein! Okay. Scheiße, ich bin noch geschlafen. Na gut, dann bin ich halt dritter geworden. Und das sah auch ganz gut. Und ja, wenn ihr das nächste Türchen nicht verpassen wollt, dann müsst ihr die anderen Scroft noch abonnieren. Und bei Ruffy und beim Destin könnt ihr auch noch vorbeigucken. Und das nächste Türchen ist dann eben bei der anderen Scroft. Schaut noch rein und schau. Bis zum nächsten Mal. Frau Baaack! Tschüss! Tschüss! Tschüss. Vielen Dank.